Moin Leute, ich bin's, euer X-Life und willkommen hier bei Ace Cave und X-Life und, ganz wichtig, True Life. Moin. Moin. Ey, guck mal, was ist, wenn ich hier so ein Name-Tag dir gebe? Und ich schreib da irgendwann Ace Cave drauf. Und du vergisst irgendwann deinen Namen, dann, äh... Findest du das toll? Was denn, so eine Hundemarke? Ist doch was Tolles. Aber wir haben doch gar keinen Staat, der mich, äh, dann irgendwie so... Registrated. Wir sind der Staat. Ah, okay. Ace, wir, äh... sind hier alleine und bevölkern die Erde. Ach so. Das war's aber schön. Ja, das weiß ich, vielen Dank. Ja. Ja, jetzt hab ich keinen Stein mehr. Ja. Ist natürlich kacke. Guck mal, jetzt will ich was bauen und du machst... Nee, das wird nicht abgezogen. Ja, okay, ist ja gut. Hier liegt eine Spitzhacke, Junge. Kannst du mal einen Ofen platzieren, bitte? Ja, ist im Haus. Okay. Bist du im Haus? Nee, ich bin nicht im Haus. Ja, dann kommen wir ins Haus. Moment. Ach, Mann, Kinder. Boah. Ähm, wir brauchen Stein. So. Ja, krasst du dich auch um das Gehege, Freund? Wo drauf stehst du da? Meinst du, das tut dem nicht weh? Entschuldigen Sie bitte. Ich gebe dir auch einen Kuss. Ähm. Oh, yeah. Es wird dunkel. Türen zu, Türen zu. Und was bringt das denn die Türen zu zu bauen? Türen zu, Türen zu. Aber die Fenster, die... Da kommen die doch nicht rein. Ja. Türen zu, Türen zu. Ach, du bist dabei. Sehe ich gerade. Warte, ich reiß den mal ab, wa? Wir brauchen Stein. Ja, soll ich dir Stein holen? Ja, bitte. Ne, mei, aber nicht, weil es jetzt dunkel geht. Dann nicht. Hast du noch Holz? Ne, ne? Fünf. Hier. Warte, ne, reicht nicht. Äh, ich gehe jetzt einfach Holzfarm in der Dunkelheit. Äh, hab Angst. Warst du eigentlich schon mal alleine so im Wald? So dunkel und so? Im Real Life? Ja. Ja. Und? Ja, nix und. Ist das egal für dich? Ja, ist doch... Weiß ich nicht. Ist doch dunkel und? Ist doch egal. Gehst du durch und fertig? Ja, also, ich habe Angst davor. Ich mache mir dabei in die Hose. Nein, Spaß. Ähm. Ja, wollen wir mal gerade eine Runde pennen? Ja, also, ich finde das gerade so schön hier. Äh, kommst du mal eben hier in das Fenster, bitte? Ja, Moment. Äh, das wäre schon interessant. Komm, stopp. Kommst du? Ja, bitte. Oh. Dankeschön. Dankeschön. Äh, Freunde, 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 Freunde. Oh, 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 oh. Kommst du hier nicht rein, du Kannad? Er will echt nicht... Ah! Ich dachte, er wollte die Tür benutzen. Meinst du? Ja, egal, komm, ich gehe jetzt mal raus und mache mal hier. Ähm. Ey, hier cheatet der Zombie. Der hatte gerade Anti-Knockback drin. Sogar die cheaten jetzt schon. Ach ja. Oh, ne, oh, ne, oh, ne. Oh. So, jetzt lassen wir es noch ein bisschen warm werden hier drin. Und dann brauchen wir noch ein wenig Holz. Äh, Stein meine ich. Stein, Stein. Geh durch die anderen Tür lieber. Hier sind voll viele Zombies. Ah, witzig. Ah, ich schade. Ah, ich schade. Oh. Boah, hörst du das? Ja Boah, Alter, die machen hier richtig Wettrennen Unglaublich Steinen immer noch Ja, warte mal Kann man Genau Lass uns doch einfach hier runterbuddeln Soll ich mal Stein holen? Habe ich schon, habe ich schon, alles gut Okay So Was kann man denn noch so machen? Das kann man nachher reinhauen Das kann weg, das kann weg Das kann alles weg Okay Fusch am Bau So Ja Jo jo Findest du es gut, die hier anzulocken Für mich Ey, das war jetzt wirklich nicht Jo Alles klar, deswegen dreht er sich nach oben Ob sie guckt oder kommt Oh, hier ist ein Wie nennt man den nochmal? Spider Spider-Reiter? Nein, wie nennt Wie hat man den früher genannt? Spider-Schwein Nein Skelett mit Spinne Skeletten Man Skeletten Man Oh ne, oh ne Oh, oh, oh Oh, wir beruhigen uns jetzt hier erstmal Oh Da habe ich gepokst Beruhlt habe ich mich jetzt nicht Auch nicht, wenn ich hier kurz vorm Abrecken Äh, Abrecken Ähm Kurz vorm Sterben bin Ne Aber ich Schlage mich hier Meiner Meinung nach Echt gut Echt? Jo Alles ja schön Aber Ähm Hier so ein Hühnchen, weißt du Das beobachtet mich die ganze Zeit Das finde ich jetzt nicht so Prickelnd, ne? Ne Weil Ne Ich bin ja voll kacke Und Ja, ich muss sagen Das ist schon wie ein Creeper Pfff Amma, mamma mia Oh Ne Ganz locker easy Ähm Kann man die hier abschlachten So Aber das ist hier eine Leichtigkeit, du Hier so Tak, tak Die beachten ja einen gar nicht Bist du eigentlich schon mal in deiner Singleplayer-Welt gestorben? Äh Ich glaube ja Oder? Ne Bin ich noch nicht Nicht? Äh Okay Weil ich finde in der 1.8 zu sterben von Zombies Ist äh Weiß ich nicht Meiner Meinung nach wie unmöglich Okay Aua Also klar, wenn du äh An einem Creeper stehst Dann äh One-hittet der dich Aber in der 1.9 Komplett mit, wenn du Full-Life hast oder wie? Jaja Alter Wenn du in dem stehst Ähm Es ist aber so Dass in der 1.9 Äh Der Creeper dich auch mit Full-Life One-hittet Wenn du eine Eisenrüstung hast Krass Ja Die sind da doppelt so stark geworden Das ist schon heftig Und hier sind Creeper Kannst du mir mal eben helfen? So von hinten mal eben drankommen? Ich äh Bevorzuge lieber von vorn, aber Ja, trotzdem Kannst du mir mal eben helfen? Ja, du brauchst gar nicht so gedreckig grinsen Wir wissen beide, was hier gemeint ist, ja Und äh Hier gucken kleine Kinder zu Das funktioniert schon mal gar nicht Ah Aha Ja, hast du gehört? Ja, du kannst jetzt mal gerade warten, please Ne, du wartest jetzt Weil die Folge schon vorbei ist Das machen wir so Dann kommt hier auch keiner mehr Ja, jetzt kommt hier keiner mehr rein, genau Vollidiot Oh, sorry Geh mal gerade, bitte Äh Jetzt kommt hier keiner mehr rein So, jetzt passt's Ja Gut, dann würde ich sagen Wollen wir hier was gucken? Hey, jetzt kommt mir hier keiner rein Ja, sag ich doch Ja, find ich kacke Ja, dann komm doch jetzt rein Jetzt geht's draußen rum Ja gut, ich würde sagen Ey, warte, warte, warte Guck mich mal Warum geht das nicht? Schade Ach, guck mal Ja, okay Ist mein Kugloch Ja, können wir jetzt mal Ja, ja Ja, gut Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Wenn's wieder heißt True Life Und vielen lieben Dank für's Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Tschülü Bis zum nächsten Mal